Lange her, neue Runde, Datengold. Okay, let's go. Kessem am Mic, klick mal auf Like. Bist du der Babo? Klick mal auf Abo. Wir Kessem, euer Liga-Insider. Die letzten zwei Tage kam hier nichts. Wir beraten gerade intern zu neuen Formaten und wenn ihr noch Formatwünsche habt, dann schreibt uns die gerne auf jeden Fall hier rein in die Kommentare. Und damit gehen wir schon jetzt rein in den Spieltag Nummer 7. Yes, Sir. Und ich bin mit Datenauge durchs Tool gelaufen und stehen geblieben bin ich. Bei unserem ersten Match-Up des Spieltags tatsächlich auch. Nächsten Freitag duellieren sich der BVB und der FC St. Pauli. Und ich habe hier zwei Stats gefunden, die da ganz gut passen zu dem Spiel. Wir haben einmal den Fehler vor Gegentor. Der Grund, warum BVB gerade kein Top-Team ist. Sechs Stück, das ist echt hart. Fehler vor Gegentor, BVB die meisten tatsächlich. Das ist richtig hart. Und der FC St. Pauli provoziert die zweitmeisten bereits vier Fehler vor Gegentoren. Also gerade im Umschaltspiel muss der BVB hier gehörig aufpassen. Gerade wenn FC St. Pauli das ähnlich spielt, wie sie es auch in Freiburg getan haben. Also gute Chancen da, Fehler zu ziehen. Umschaltbewegung beim BVB. Wer ist da langsam? Für mich einer der langsamsten Spieler der Bundesliga. Das ist der Trecker, Trecker-Chan. Ja, der könnte da das ein oder andere Mal zu spät kommen. Und das ist auf jeden Fall gerade für die schnellen und beweglichen Außenspieler vom FC St. Pauli eine gute Chance, hier was zu reißen. Sehe ich echt eine gute Chance für Brown-White. So, ich gucke mit der BVB-Brille auch mal aufs Spiel. Gefährlich. Für St. Pauli kann es werden, wenn die anfangen, das Spiel zu machen. Kann ich mir bei Blessin eigentlich in Dortmund jetzt nicht gerade vorstellen, aber wenn das passieren sollte, dann könnte es gefährlich werden. Denn wenn Pauli den Ball verliert, dann rollt die Kontermaschine. Oh leh, hier kommt der BVB. Tore nach Kontern. Ja, ja, da ist Dortmund die zwei. Und Pauli lässt die meisten Kontertore zu. Also gefährliche Angelegenheit hier für die Kiezkicker. Und einer ist dann Unstoppable. It's your Black and Yellow Goal Striker. Oder Gira. Ja, ja, der Gira C. Der könnte da den einen oder anderen einschenken. Und wie hatte Svenny noch getauft? Deswegen ist Gira C. so wichtig. Der ist eine super Kombo. Der Typ Bolzenschneider im Disco-Kugel-Design. Ja, wenn der Bolzenschneider im Disco-Kugel-Design nicht da wirklich ins Tanzen kommt. Ich bringe hier noch ein Add-on. Und zwar den Mann aus der letzten Saison. Wer hatte da die meisten Kontertore? Neben Harry Kane. Exakt, das war Maxi Bayer. Naja, der wurde hier gut zerrissen am Montag bei den Gewinnern des Spieltags. Er hat sechs Kontertore letzte Saison geliefert. Richtig starker Wert da. Und wenn Schein ihn bringt, dann könnte das auch ein heißes Play werden gegen St. Pauli. Wenn die anfangen, das Spiel zu machen. So, wir gehen weiter zum Konfi-Spiel. Ja, muntere Angelegenheit hier. FSV Mainz 05 empfängt RB Leipzig. Gar nicht so leichter für mich, irgendwas Geiles zu finden da in den Daten. Da habe ich mich wirklich schwer getan heute Morgen. Ich habe aber mal einen Filter gefunden, der gut passt. Das sind die Abschlüsse nach Halbfeldflanken. Mainz kreiert sich da die Zweitmeisten. Jedes Spiel mindestens einen. Und RB lässt da die sechs meisten Abschlüsse in diesem Bereich zu. Trotzdem musst du dann natürlich auch noch an dem aktuell besten Torwart der Bundesliga, den musst du überwinden. Das ist Peter Gulaschi. Aber das kann Mainz vielleicht tun. In Mainz steht das Kurfürstliche Schloss. Das weiß auch XT12 und dann natürlich auch der Burkhard Burkhardt. Der ist auch am Start. Und der hat gegen Pauli schon eine sneaky Halbfeldflanke. Direkt wird mit dem Hinterkopf eingenickt. Von daher kommt er auch da in Style. Und genau, sein Mann ist hier Jubelposen-Buddy am Mindo-Sieb. Beides da gefährliche Mainzer in dem Segment. Wir gehen eins weiter. TSG gegen Bochum. Vorab Bochum. Was Tor- und Großchancen betrifft. Die absolute Katastrophe diese Saison. Jaja, die lasten ja nämlich die zweitmeisten zu. Aber ich habe hier noch einen Wert, wo tatsächlich auch die Hoffenheim, die TSG, richtig, richtig gut drin ist. Und da habe ich ein Set gefunden. Und das sind die Schnittstellenpässe. Das sage ich euch. 15 angebracht. Richtiger Top-Set hier. Nur Bayern und RB Leipzig sind da besser. Also TSG über die Schnittstellenpässe. Da geht was. Und Bochum genauso viele zugelassen. Nämlich auch die 15. Damit die zweitmeisten und zweitschwächstes Team hier gegen den Schnittstellenpass, den zu verteidigen. Und wer, frage ich euch alle, spielt die meisten da bei der TSG? Na, wer ist es? Natürlich. Die schönsten blauen Augen in Hoffenheim. Kreatör Kramaric. Absoluter Gamebreaker hier für dieses Spiel. Auch im Bereich Tor- und Großchancen. Auch da ist er zu nennen. Der wird viele Möglichkeiten bekommen. Zusammen mit Logik und Marius Bülter. Also gutes Spiel hier für Hoffenheim. So, letztes Matchup. Und hier habe ich drei Stats ausgekramt für euch. Ich hätte noch viel mehr Stats bringen können. Das ist laut Daten ein absolut klares Matchup. Und das überrascht mich für den siebten Spieltag, weil das ist von dem Namen her eher knappe Kiste featuring Popcorn. Aber es ist laut Daten wirklich ein heißes Ding pro Leverkusen. Ja, ja. Denn Leverkusen gegen Frankfurt. Leverkusen ist gefühlt in jedem Stat besser. Ich habe hier mal ein paar ausgekramt. Und zwar Pass Dominanz. Pässe gespielt. Leverkusen die zwei. Pässe zugelassen. Frankfurt die eins. Und das gucke ich mir natürlich nächste Woche genau an. Da spielt man wieder Tiki Chaka. Ist da overall die vier mit 521 angebrachten Pässen. Also er ist wieder in seinem Passmaschinenwert angekommen. Und damit ein ganz wichtiger Player. Auch für einen ganz bestimmten Pass. Und zwar den ins gegnerische Drittel. Gleiches Spiel hier. Zweitmeisten Leverkusen 303. Und die meisten zugelassen hat. Eintracht Frankfurt 286. Die einen spielen knapp 50 pro Spiel. Und die anderen kassieren fast 50 pro Spiel. Also hier kann es wirklich richtig brennen hinten bei Frankfurt. Und Chaka. Auch hier der Mann. Overall tatsächlich die zwei mit 80 Stück angebracht da in dem Bereich. Pässe ins Drittel. Nur Kimmich spielt da noch mehr. Und ja. Das könnte ein richtig gutes Spiel werden hier für Grani Chaka. Und der letzte Stat. Der hat gefehlt für mich gegen Kiel. Da habe ich gar nicht so viele gesehen. Und zwar der Bereich Fernschüsse. Ja, ja. Ich erinnere. Von Thar. Der hat mal von hinten einen abgedrückt. Der wurde aber geblockt. Ansonsten war viel klein klein gegen Kiel. Die Leverkusener haben aber da. Gemessen an den Daten. Haben die sich da schon viele genommen. Und viele drauf gefeuert. Also. Fernschüsse pro Leverkusen. Da sind nämlich die Eins der Liga. Abgefeuert. Und wer ist da? Das Schlusslicht. Wer lässt die meisten Fernschüsse zu? Eintracht Frankfurt. Also auch der Bereich pro Leverkusen hier zu nennen. Leverkusen in ganz vielen Stats vorne. Und das waren sie aber auch schon gegen Holstein Kiel. Und am Ende lacht der Storch. Vielleicht lacht dieses Mal ja Grimaldo. Ich habe ihn hier mal drin. Grimaldo Time. Auf jeden Fall da die meisten zusammen mit Florian Werz. Grimaldo tatsächlich noch ein paar mehr abgefeuert aus der zweiten Reihe. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Gegen Frankfurt. Dein Kopf sagt dir, was du hören willst. Dein Bauch sagt dir, was du fühlen sollst. Und die Daten sind halt eben die Daten. Und damit verweise ich gerne nochmal auf die letzten Videos. Wir waren mit Guido. Waren wir mit den Breakout-Spielern unterwegs. Haben die gerankt. Heißt Pyramide gewesen. Und dann hatten wir hier noch ein cooles Video. Die Gewinner ohne Scorer vom letzten Spieltag. Und damit wünsche ich euch schon mal ein Happy Friday. Ein schickes Wochenende. Und ich melde mich hier ab und sage Tschüss.